So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ihr seht schon an meinem Skin, der Midas ist wieder zurück, aber diesmal in der Sommeredition. Zack, da ist er. Goldener Sand. Was stand da? Goldener Sandpaket. Ah ja. Also das Ganze kostet insgesamt 2000 Vibugs. Also ich habe 2000 Vibugs bezahlt. Ich denke mal, ihr auch. Einmal der Midas Skin, einmal das passende Rückenaccessoire, einmal goldener Schatten und die Lackierung vergoldetes Schwarz. Geil, vergoldetes Schwarz. Und natürlich, das ist so nice, das Bild. Also das Bild ist wirklich so nice. Das ist halt wirklich geil gemacht worden, hier das Bild. Und ja, das ist der Midas Skin. Warte mal, hat er verschiedene Varianten? Muss ich jetzt echt in den Shop gehen? Ah, hier seht ihr den einmal nochmal ohne. Einmal mit, ich sag ja, der hat verschiedene, drei Stile hat er. Oh Gott, ich bin noch so verpeilt heute Morgen. Also einmal mit Hemd, einmal ohne Hemd und dann nochmal ohne Sonnenbrille. Aber die Sonnenbrille hätten sie ruhig gelassen sollen. Ihr habt ihr ehrlich. Also ein schöner Skin. Ich habe mir jetzt selber noch nicht gespielt, gerade erst gekauft, für euch jetzt gerade den Shop machen. Aber ich denke mir schon, dass ich da nichts Falsches gemacht habe. Dann haben wir noch Rotkäppchen mit drin, mit dem Alpha Tier Rückenaccessoire. Find ich immer noch ein schöner Skin. Dann große Böse Axt. Der Wolfsjäger. Dann Gewitter ebenfalls wieder zurück mit passendem Rückenaccessoire. Rückenaccessoire. Ist aber nicht so ganz meins. Dann der normale Blitz. Dann Sturm Blitz Pickaxe. Sturm Auge. Dann Turbulent. Die Tankung ist nice, weil man sieht ja immer nur hier vorne das. Das ist nicht schlecht. Dann haben wir Finsterherz mit passendem Rückenaccessoire. Auch immer noch ein schöner Skin, wie ich finde. Dann Scherlin ist da wieder zurück. Hier hat er auch einen neuen Stil bekommen, oder? Ach ne, den weißen Stil kann man sich freispielen. Wie da die Aufgaben genau sind, kann ich euch nicht genau sagen, aber wird wahrscheinlich wieder nichts schweres sein. Dann ist der Seestock wieder zurück. Verschwitzt. Und am Wasser gebaut. So, und denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, ich habe eben noch gerade so dran gedacht, meinen Creator Code einzutragen. Yt-Familic. Würde mich natürlich sehr freuen. Und das war es eigentlich schon wieder mit dem Shop. Denn die ganzen anderen Sachen waren gestern schon drin. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch einen schönen Tag und haut rein.